Bald kommt mein Baby auf die Welt und ich wurde heute von meinem Mann und all meinen Freunden mit einer Babyshower überrascht. Ich zeige euch jetzt mal die Location, ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Es war wirklich einer der schönsten Tage in meinem Leben und wenn ich dran zurückdenke, könnte ich direkt wieder weinen. Mir wurden die Augen verbunden und mein Mann hat mich hingeführt und auf einmal standen einfach all meine Freunde da. Es war wirklich ein richtig emotionaler Moment. Vor allem war alles einfach wunderschön dekoriert. Schaut euch das mal an, selbst die Kameras hatten dieselbe Farbe wie die Deko. Und dann habe ich das erste Mal den Raum gesehen, in dem wir dann auch gegessen und gefeiert haben. Sogar die Getränkennamen haben sie sich selbst ausgedacht und alle meine Freunde sind von überall her gekommen. Und das ist das, was mir am allermeisten bedeutet. Ich glaube, man sieht auch, wie glücklich ich war. Es gab natürlich auch super leckeres Essen. Wie soll es anders sein? Ihr wisst, ich liebe Essen. Ich habe gefühlt den ganzen Tag geweint, weil ich einfach so emotional war. Ich schiebe das jetzt mal auf die Schwangerschaft. Also es war einfach unglaublich, was sie auf die Beine gestellt haben. Hier wurden Namensvorschläge aufgeschrieben. Schreibt gerne eure mal in die Kommentare. Wir haben nämlich noch keinen fixen Namen. Und dann habe ich Geschenke ausgepackt, als ob das Geschenk nicht schon genug gewesen wäre, dass alle da waren. Ich habe mich echt so gefreut. Ich habe mich echt so gefreut.